Heute bauen wir mal ein richtig cooles Menü. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute bauen wir wohl eines der coolsten Menüs, was ich seit langem gesehen habe. Idee dafür war ein Post auf Dribble, den ich mir angeguckt hatte. Und ich dachte, das müssen wir jetzt einfach mal nachbauen. Das Ganze ist richtig cool, gar nicht so schwer, aber es ist nicht für Beginner. Das heißt, ihr solltet schon wissen, was CSS, was HTML, was JavaScript ist und wie das alles zusammenarbeitet. Aber ansonsten, ja, es ist nicht wirklich schwer, aber es macht viel Spaß und es macht einen wirklichen Wow-Effekt auf eurer Website. Ansonsten, ja, legen wir damit direkt los. Wenn ihr aber Fragen, Probleme oder sowas habt, ganz oben wie immer ein Link in der Videobeschreibung zu Discord. Da könnt ihr da Community joinen, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier eine einfache Website. Das ist nicht wirklich viel aussagend, weil das ist auch nicht Kern dieses Videos. Ihr findet natürlich diese Demo unten in der Videobeschreibung, wie immer, verlinkt auf CodePen. Dort könnt ihr euch den Code ansehen, die Live-Demo ausprobieren und auch euer Feedback da lassen. Ansonsten, ja, was ist eigentlich das Ziel, was wir heute machen wollen? Prinzipiell, die Seite hier ist relativ langweilig. Das kann natürlich alles sein, wenn wir hier scrollen. Seht, hier ist eine ganz normale Website. Wir können hier scrollen, wir haben einen Scrollbalken, wir haben hier in der Seite so ein Menü-Icon. Das kann natürlich alles sein. Bei mir ist das jetzt einfach nur ein Menü. In eurem Fall kann das natürlich auch irgendein fancy Menü-Icon sein, was sich mit animiert, abhängig des States. Dazu habe ich auch schon diverse Tutorials gemacht auf diesem Channel. Und wenn ich hier drauf drücke, kommt das eigentlich coole. Und zwar die gesamte Seite innerhalb, ja, mit dem gesamten Content fährt so nach hinten weg. Wir haben hier so Fake-Seiten, die sich einblenden. Und wir haben hier oben auch so ein Menü, was wir benutzen können. Das Ganze ist nicht so schwer. Aber ich finde das allgemein ziemlich cool, dass man so ein Menü hat, was sich mal nicht über die ganze Seite fährt, sondern dass es sich so wie so eine Seite nach hinten wegfährt, in der man theoretisch blättern könnte. So was wäre natürlich deutlich aufwendiger, wenn man jetzt hier mit dem Scrollrad durch die einzelnen Seiten wählen könnte. Wenn ihr so was mal sehen wollt mit Angular beispielsweise, hinterlasst einen Kommentar unter dem Video. So was würde ich gerne mal bauen, aber das wäre dann mehrere Videos lang, weil das definitiv kein kleines Video ist. Aber genug dazu, fangen wir an mit dem eigentlichen Tutorial. So, und los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Ihr seht hier meine Standard-Entwicklungsumgebung, die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch die angucken und da ist auch alles erklärt, was hier in der Seite so drin steht. Aber was ist jetzt eigentlich relevant für dieses Video? Wir haben einen Index-HTML, natürlich HTML ist wichtig. Hier steht aber noch nichts drin, was wirklich relevant für dieses Video ist. Das kommt gleich alles. Wir haben eine komplett leere JavaScript-Datei. Die werden wir auch gleich mit Leben füllen. Wir haben eine fast komplett leere Main.js. Hier lade ich nur mein Boilerplate, CSS-Code. Das sind so ein paar Farbvariablen und sowas, dass der Hintergrund hier dunkler ist und so weiter. Und ansonsten habe ich hier in meinem Assets-Ordner einfach schon vier Icons importiert, die wir gleich in unserer HTML-Datei verwenden werden. Das ist aber auch schon alles, deswegen kann ich das hier jetzt einfach zumachen. Wir wählen unsere Index-HTML aus und gucken mal, was wir hier so anstellen können. So, dann gucken wir uns mal an, was für HTML-Code wir eigentlich brauchen. Als erstes brauchen wir hier eine Div-Box. Diese Div-Box bekommt von uns eine Klasse namens Wrapper und eine ID namens Wrapper. Das Ganze erzeugen wir uns jetzt mal kurz und alles, was wir für dieses Tutorial brauchen, muss in diesen Div-Container rein, weil das quasi unseren gesamten Div-Container rappt. Wenn ihr zum Beispiel schon eine Website habt und diesen Effekt auf diese Website anwenden wollt, dann muss eure komplette Website in dieser Div-Box sein. Das nächste, was wir brauchen, ist ein Button. Das ist natürlich einfach unser Menü-Button, wo wir auch einfach eine ID hinzufügen, damit wir die gleich mit JavaScript ansprechen können, und zwar Menü-Button. Und hier fügen wir auch eine Klasse hinzu, die nennen wir einfach Menü. Und hier schreiben wir etwas rein, in unserem Fall auch einfach Menü. Das kann natürlich, wie gesagt, auch ein fancy Menü-Button sein, der sich mit animiert und so etwas. Dann müsst ihr das hier einfach nur austauschen und den Trigger in JavaScript ändern. Dazu habe ich, wie gesagt, schon diverse Tutorials gemacht sind und eine Videobeschreibung verlinkt, deswegen mache ich das hier nicht nochmal. Das nächste, was wir brauchen, ist natürlich unsere Navigation, also diese Icons, die wir da haben. Und das ist einfach ein Nav-Element und hier drin haben wir einige A-Tags. Die sollten natürlich später ein HRF haben. Für unser Tutorial brauchen wir das jetzt gerade nicht. Hier drin haben wir ein Image-Tag und in meinem Fall habe ich hier jetzt einen Assets-Ordner und in diesem Assets-Ordner habe ich hier einige SVGs. In diesem Fall sage ich Home. Das I-Tag brauchen wir jetzt in unserem Fall jetzt mal nicht und hier drin steht einfach Home in dem A. Und das Ganze brauchen wir jetzt natürlich ein paar Mal öfter und zwar insgesamt vier Mal. Deswegen füge ich jetzt die anderen drei einfach mal hinzu, weil da hat sich nicht wirklich etwas verändert. Nachdem wir jetzt unsere Navigation haben, brauchen wir natürlich noch den eigentlichen Kern der Seite. Und der eigentliche Kern der Seite wird in unserem Fall in einen Main-Tag gepackt. Und hier erzeuge ich mir jetzt einen Diff-Container mit Page. Und hier ist quasi der Ort, wo ihr später eure Seite reinsteckt. Also hier drin kommt später eure Seite. In meinem Fall werde ich das jetzt einfach mal kurz copy-pasten. Und zwar copy-paste ich mir hier jetzt einen Diff-Container rein. Der nennt sich Content. Und hier sind einfach nur ganz viele P-Text drin und hier oben eine H1-Überschrift. Das ist komplett unwichtig für dieses Tutorial. Also alles, was ich jetzt gerade markiere, ist für das Tutorial per se unwichtig. Das ist einfach nur der Inhalt eurer Seite. Was da steht, da drin steht, ist eigentlich komplett egal. Stört den Effekt nicht wirklich. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier auch schon unseren gesamten Quellcode drin. Das ist aber noch nicht alles, was wir brauchen. Ihr habt ja vorhin gesehen, über unserer eigentlichen Seite hatten wir so drei kleine Seiten quasi, die wie so eine Art Fächer-Navigations-Fake-Seite agiert haben. Und diese drei Fake-Seiten brauchen wir auch. Und hier drin brauchen wir deswegen auch eine Diff-Box mit der Klasse Fake-Page. Und das Ganze brauchen wir dreimal. Ihr könnt das natürlich auch noch häufiger machen, wenn ihr möchtet. Aber das müsst ihr nicht. Also drei Fake-Seiten reichen eigentlich für den Effekt. Und wie gesagt, wenn ihr hier mal ein richtig komplexes Tutorial machen wollt, wie man zum Beispiel da auch noch durchscrollen kann, durch diese Karten, durch diese Fake-Seiten, dann können wir das gerne mal angehen in Zukunft. So, aber das ist auch schon alles, was wir in HTML-Code brauchen. Jetzt können wir mal angucken, wie wir das Ganze mit CSS schon ein bisschen zum Leben erwecken können. So, wie gerade erwähnt, haben wir ja unseren Wrapper erzeugt. In SAS, also in unserem CSS-Pre-Processor, machen wir jetzt hier oben einfach Wrapper. Und hier stylen wir erstmal Position. Weil wir müssen, unser gesamtes Layout muss quasi absolut positioniert sein und darf maximal 100% in der Höhe und 100% in der Weite von unserer Seite aus machen. Das heißt, wir sagen jetzt hier Top 0, Bottom 0, Left 0 und Right 0. Außerdem sagen wir Width 100% und Hide 100%. Und das nächste, was wir brauchen, ist, wir sagen Overflow, Hidden. Weil wir faken jetzt quasi den, mehr oder weniger, den Body. Das heißt, hier drin kann ich nicht mehr scrollen. Und eure Seite an sich ist nicht mehr scrollbar, sondern später wird nur noch hier in dem HTML-Bereich diese Page, also diese Div-Box, wird scrollbar. Der ganze Rest wird nicht scrollbar, damit man quasi diesen Effekt hat, dass man das alles so nach hinten schieben kann. Sonst würde das nicht funktionieren. Das nächste, was wir hier brauchen, ist, weil wir, wie ich gerade schon gesagt habe, etwas nach hinten schieben, brauchen wir einen Transform Style. Und in unserem Fall sage ich hier jetzt Transform Style. Und dann müssen wir hier einfach nur Preserve 3D. Und was wir auch noch brauchen, ist eine Perspective. Das ist einfach verpflichtend, wenn man irgendwas mit 3D macht. Das legt quasi den Blickpunkt eures 3Ds fest. Damit könnt ihr quasi alles verschieben. In unserem Fall sage ich 40 EM. In dem Moment kann ich das Ganze abspeichern. Das beides hier macht erstmal nichts, ist aber essentiell. Also sobald ihr diese beiden Befehle nicht drin habt oder einfach nicht aufgepasst habt in dem Video, dann wird euer gesamter Effekt nicht mehr funktionieren. Und das wäre schade, deswegen das unbedingt hinzufügen. Nachdem wir das gemacht haben, können wir uns jetzt hier erstmal darum kümmern, unsere Navigation zu stylen, weil das hier sieht einfach nicht gut aus. Aber wie genau können wir unsere Navigation stylen? Wir gehen jetzt hier rein und sagen, okay, in unserem Wrapper haben wir unser Nav-Element. Diese soll 100% Weite bekommen. Außerdem soll es ein Display bekommen, nämlich Flex. Und hier drin können wir jetzt sagen, okay, wir haben Display Flex. Also kann ich sagen, Justify Content. Und hier sage ich Center. Außerdem müssen wir hier mit Position und zwar Absolute arbeiten. In unserem Fall sagen wir jetzt, okay, wir haben hier Top, sage ich mal 5 REM. Dann sage ich Left 0 und Right 0. Das Ganze speichern wir jetzt ab. Und ganz wichtig, wir brauchen jetzt hier ein Z-Index und zwar ein Z-Index von 0. Das Menü soll hinter unserer gesamten Ebene sein und deswegen brauchen wir diesen Befehl bzw. diesen kleinen Tag hier. Das nächste, was wir sehen, ist, dass unsere Menü-Icons hier oben jetzt korrekt stehen. Das ist schon mal soweit ganz gut. Wir können jetzt anfangen, unseren Art-Tag, der sich ja in unserem Menü befindet, auch ein bisschen zu stylen. Und das erste, was wir hier machen, wir stylen mal die Schrift und sagen, okay, unsere Schrift ist erstmal einfach nur weiß. Das nächste, was wir sagen, wir haben hier ein Padding zwischen den Elementen, in unserem Fall 2 REM und wir sagen hier Font Size 1 REM. Das nächste, wir sagen Text Decoration, das ist dieser Unterstrich bei links, den wollen wir nicht. Der soll weg sein, aber wir wollen Text Transform, wo ist es? Hier Text Transform wollen wir Uppercase, also alles in Großbuchstaben und wir wollen ein Letter Spacing von 0.2 REM. Das Ganze speichern wir jetzt mal ab, in unserem Fall sehen wir jetzt, wir haben hier schon so eine Schrift drunter, das ist schon mal ganz gut. Aber das ist noch nicht alles, was wir brauchen, sondern wir wollen noch ein bisschen Abstand zwischen den einzelnen A-Elementen, in unserem Fall sage ich mal 2 REM. Und zack, haben wir das auch hinzugefügt, jetzt ist da ein bisschen mehr Luft dazwischen. Ihr seht jetzt, die Icons sind unterschiedlich groß. Das wollen wir natürlich nicht, sondern Icons sollten immer gleich groß sein. In unserem Fall sage ich daher, in unserem A-Tag als Child gibt es Images und ein Image sollte immer gleich groß sein, das heißt 3 REM und hier Höhe 3 REM, also Weit und Höhe sollte gleich sein. Jetzt sieht man alle perfekt gleich groß, das ist schon mal super. Und das nächste, was wir brauchen, ist ein Abstand und zwar nach unten, das heißt 0, 0, 1 REM, 0. Und wir sagen hier ein Transition all 150 Millisekunden, das heißt wir wollen alles, was sich mit diesem Image-Tag verändert, wollen wir später animieren. Ihr seht jetzt aber, das steht ja alles nebeneinander und das ist nicht Sinn der Sache, sondern wir gehen jetzt hier in unser A-Element rein und sagen hier Display, Flex und hier drin kann ich jetzt einfach sagen Flex Direction und sage Column. Und in dem Moment wird alles untereinander ausgerichtet, wunderbar und was wir jetzt brauchen ist Align Items und hier sage ich Center, aber wir wollen, dass quasi alles weiterhin oben ausgerichtet ist, aber das ist eigentlich schon so, also könnten wir das eigentlich einfach so lassen. In dem Moment ist unser Menü hier soweit fertig, aber wir sehen, wenn ich hier drüber gehe, funktioniert das noch nicht und das seht ihr vielleicht nicht so deutlich, aber hier an der Seite haben wir einen Abstand, wie auch hier überall, weil wir den hier oben ja gesetzt haben, hier bei Margin. Und den müssen wir natürlich noch removen beim letzten Element. Dazu nutzen wir jetzt einen sogenannten Pseudo-Selector in CSS und sagen und Doppelpunkt und hier Last Child. Und in unserem Last Child sagen wir Margin, wollen wir hier gar nicht vergeben. Und jetzt rückt das alles so ein kleines Stück rüber, habt ihr gesehen, und damit ist das jetzt perfekt ausgerichtet. Was uns jetzt noch fehlt, ist unsere Animation, wenn wir hier drüber gehen. Einmal kann ich hier noch sagen Cursor und hier sage ich Pointer. So, dann haben wir hier auch so eine Maus, die klickbar ist, damit das auch alles passt. Und hier sage ich jetzt einfach und Doppelpunkt Hover. Und hier kann ich jetzt auf unser Image verweisen. Und unser Image wollen wir animieren. In unserem Fall sage ich hier jetzt einfach Transform, Translate. Nach links und rechts wollen wir nichts animieren, aber wenn wir mit der Maus drüber gehen, wollen wir es gerne 15 Pixel nach oben ziehen. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, seht ihr, es ist wunderbar animiert. Die hüpfen jetzt so hoch in dem Moment, wenn irgendwas Spannendes passiert. Wir können hier theoretisch den Abstand noch ein bisschen weiter erhöhen. Das sieht vielleicht gar nicht schlecht aus. Ja, so sieht es doch schon mal super aus. So können wir das lassen. Und jetzt können wir uns weiter damit beschäftigen, wie wir eigentlich unsere Seite stylen. So, nachdem wir jetzt hier diese Navigation gestylt haben, kümmern wir uns jetzt an unseren Main-Bereich. Was heißt, wir gehen wieder in unsere SAS-Datei. Und hier unten füge ich jetzt einfach einen Main-Tag hinzu. Und den wollen wir jetzt stylen. Und hier wird es wieder interessant, weil wir müssen einen Main-Tag erzeugen, der genau 100 View Width, also der genau so breit ist wie der maximale Viewport des Browsers und auch genauso hoch mit View Height. Das nächste, was wir brauchen, ist nämlich Position und hier drin Relative. Weil wir die Seiten und auch diese Fake-Seiten in Abhängigkeit unseres Main-Elementes bewegen wollen, brauchen wir einen neuen Ankerpunkt und das erzeugen wir mit dem Position Relative Tag. Außerdem wollen wir die gesamte Main-Seite animieren. Deswegen brauchen wir hier auch einen Transition und zwar 250 Millisekunden All-Befehl. Und in dem Moment ist unser Main-Tag oder alles, was wir hiermit machen, wird dann quasi vom Browser animiert. Und ihr seht jetzt schon, dass unser Inhalt sich über unser Menü geschoben hat. Und das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das nächste, was wir brauchen, ist hier unsere Page. Dazu sage ich jetzt einfach Punkt Page, damit ich die Klasse anspreche, die wir hier ja unserer Seite vergeben haben. Und in dem Moment können wir jetzt ein bisschen mehr stylen. Hier füge ich jetzt einfach mal kurz was hinzu. Und zwar das erste, was wir hier hinzufügen, ist auch eine Position Absolute, damit wir quasi alles perfekt ausrichten. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir brauchen einen Z-Index. Und unsere Seite soll prinzipiell über allem liegen. Und über unseren Fake-Seiten, über unserem Menü, über allem. Und in dem Moment sage ich deswegen einfach Z-Index 4. Außerdem brauchen wir vielleicht ein bisschen Abstand. Das mache ich einfach mit Padding, einfach für ein Fremd, damit wir ein bisschen Abstand überall hinbekommen. Und ich sage auch hier einfach eine Background-Color, in unserem Fall einfach White. So, außerdem brauchen wir eine Weite, in unserem Fall 100 View Wide und eine Höhe, und zwar im Fall 100 View Height. So, und das nächste, was wir brauchen, ist auch hier eine Transition, in unserem Fall 250 Millisekunden All. Und wir wollen vielleicht den Inhalt, den ihr hier in eurer Seite habt, auch stylen. In meinem Fall sage ich deswegen einfach Display und hier Flex. Außerdem sage ich Flex Direction und hier Column. Und hier drin wollen wir alles zentrieren, das heißt einmal Align Items und natürlich Justify Content, das alles ganz oben startet. In dem Moment, wenn ich das abspeiche, haben wir jetzt hier unseren Text. Wir können hier drin aber noch nicht scrollen. Und das ist ein Problem. Und das müssen wir jetzt erstmal hinzufügen. Das heißt, wir sagen, auf der X-Achse wollen wir nicht scrollen. Deswegen füge ich hier jetzt ein, einfach Overflow minus X und dann hin. Und in dem Moment können wir hier drin quasi scrollen, aber nur auf der X-Achse nicht mehr. Und das ist super und das können wir auch erstmal so lassen. Ihr seht, hier oben haben wir jetzt unser Menü-Button, da passiert nur nichts. Und das ist das nächste, worum wir uns ein bisschen kümmern müssen, weil wir sehen jetzt hier nur unsere einfache Seite. Unsere Menü-Funktionalität existiert ja noch nicht. So, als letztes brauchen wir für Styling erstmal unseren Menü-Button. Den habe ich ja hier oben hinzugefügt. Da machen wir eigentlich gar nicht viel, weil wie gesagt, cool wäre es natürlich, wenn man hier so ein richtig schönes Menü hat, was sich so mit animiert. Das habe ich ja in anderen Tutorials schon gemacht und das wäre jetzt einfach nur Repeat, das nochmal zu machen. Deswegen füge ich jetzt ganz oben einfach eine neue Klasse ein. In unserem Fall heißt diese Klasse Menu. Also das ist einfach hier der Verweis auf unseren Button. Und in dem Moment style ich diesen Button etwas. Also wir positionieren ihn erstmal oben in der Ecke. Den können die natürlich irgendwo definieren. Wir sagen ganz normal, weil wir das Standard-Styling von einem Button weghaben wollen, einmal Background, Transparent und Border None. Und wir sagen natürlich, dass wir das Ganze über alles schieben und das machen wir hier einfach mit Z-Index. Sagen wir 1000, fertig. Und auch hier wollen wir einen Cursor-Pointer. Um ein bisschen Optik reinzuprägen, mache ich das Ganze jetzt einfach mal orange, also meine Standard-CI-Farbe. Und wir machen auch hier die Schriftgröße ein bisschen größer, in unserem Fall einfach zwei Rem. Und in dem Moment haben wir hier oben unseren Button. Den seht ihr hier. Wie gesagt, ist nur ein Beispiel-Trigger für dieses Tutorial. Persönlich würde ich da einen richtig fancy Menü-Button reinbauen. Das ist aber schon quasi fast alles, was wir an Styling für dieses Menü haben. Der gesamte Rest hängt mit der Animation zusammen. Und dafür brauchen wir erstmal ein bisschen JavaScript-Logik, die wir jetzt programmieren müssen. So, dann wollen wir mal ein bisschen Funktionalität hinzufügen. Und wir haben ja vorhin zwei DOM-Elementen-IDs gegeben. Nämlich einmal unserem Wrapper. Hier einfach die ID Wrapper. Und unserem Button, nämlich hier die ID Menü-Button. Wenn ihr irgendeine andere Form vom Menü-Button habt, ihr habt ein Bild, ein Icon oder was auch immer, dann müsst ihr diesem DOM-Element einfach nur die ID Menü-Button geben. Und ihr könnt quasi dieses Element als Menü-Button nutzen und könnt das hier quasi einfach entfernen, diese Zeile. Aber wie genau können wir jetzt unser Menü-State triggern, sodass unsere Seite sich animieren kann? Das ist gar nicht so wirklich schwer. Und zwar brauchen wir erstmal zwei Variablen. Und zwar einmal die Variable Menü-Button. Das sollten wir natürlich auch richtig schreiben. Und eine zweite Variable, die nenne ich einfach Wrapper. In unserem Fall greifen diese Variablen beide auf unseren DOM zu. Was heißt, wir sagen Document und dann hier Query Selector. Und hier oben dasselbe nochmal. Aber was genau verweisen die in unserem Fall hier oben? Einfach auf unser Menü-Button. Also die ID, die wir hier quasi vergeben haben. Und hier unten auf unsere Wrapper-ID. Das machen wir hier mit der Raute. In dem Moment kann ich das abspeichern. Und diese beiden Variablen haben jetzt unsere DOM-Elemente in JavaScript erreichbar gemacht. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Klasse. Die nenne ich Trigger-Class. Und das ist gar nicht so wichtig. Also die Klasse ist auf CSS bezogen. Das ist keine JavaScript-Klasse. Und diese Klasse setzen wir später oder geben wir unserem Wrapper, sodass wir sagen können, hey, Menü ist aktiv oder Menü ist inaktiv. Und da wir das zweimal setzen, können wir das Ganze auch direkt in der Variable speichern. Außerdem brauchen wir noch einen Navigation-State, wobei das hier kein richtiger State ist, sondern ein boolischer Wert, in unserem Fall false, sodass wir sagen, unser Menü ist offen oder unser Menü ist zu. Aber wie können wir jetzt so ein Event triggern? Wir haben hier unseren Menü-Button und können jetzt hier einfach sagen, addEventListener, bei einem Klick soll etwas passieren. Und in unserem Fall gar nicht viel, sondern wir rufen jetzt hier eine Condition auf und sagen, wenn unser Navigation-State, wenn der true ist, dann wollen wir unser Menü schließen, das heißt CloseMenü. Und wenn das nicht der Fall ist, also unser Navigation-State false ist, wie das Initial der Wert ist, dann sagen wir OpenMenü. Diese beiden Funktionen existieren natürlich noch nicht, die sollten wir jetzt hinzufügen. Dafür scrolle ich mal hier so ein bisschen runter und sage, okay, wir wollen jetzt erstes mal die OpenMenü-Klasse hinzufügen. Äh, die OpenMenü-Funktion hinzufügen. So, und das Erste, was wir hier drin machen, ist, wir sagen NavigationState gleich true. Wir sagen also unserem Skript als erstes, unser Menü ist jetzt sichtbar und damit können wir das Menü nicht erneut öffnen, sondern würden direkt wieder hier auf unsere Funktion zum Schließen verweisen. Außerdem wollen wir ja, wie gerade erwähnt, unserem Wrapper eine Klasse geben. Das heißt, wir sagen Wrapper und hier ClassList und hier sage ich Add. Und damit kann ich jetzt auf unsere Trigger-Class verweisen, sodass wir quasi unserem Wrapper die Klasse Active geben. Das Ganze können wir jetzt einmal kopieren, einfach hier unten einmal drunter und nennen die Funktionen um. Wir hatten es geraten in Close. Außerdem wollen wir unserem Skript sagen, dass unser Menü jetzt geschlossen ist und wir wollen es nicht hinzufügen, sondern removing. In dem Moment speichere ich das Ganze ab. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann seht ihr hier unten, wurde eine Klasse hinzugefügt. Und wenn ich hier wieder drauf drücke, dann verschwindet das Ganze. Und da wir unsere gesamte Seite in dieser Klasse drin haben, können wir damit in CSS animieren. Und das machen wir jetzt. So, und wie machen wir das Ganze? Wir haben hier unseren Wrapper und unser Wrapper kann jetzt hier die Klasse Active erhalten. Und in dem Moment, wenn unsere Klasse Active gesetzt wird, wollen wir als erstes mal unser Main-Element ansprechen. Und hier sage ich Opacity 0.5. Ja, machen wir 0.5. Was heißt, wir sagen, die Deckkraft verändert sich. Außerdem wollen wir unseren Effekt animieren. Und dafür sage ich Transform. Und hier Translate, aber 3D. In unserem Fall sage ich jetzt, wir wollen hier nichts machen, aber wir wollen das Ganze 25% von oben nach unten wegschieben. Außerdem möchten wir das Ganze 120 Pixel nach hinten schieben. Das Ganze speichere ich jetzt ab. Und in dem Moment, wenn ich jetzt hier drauf drücke, haben wir schon ein bisschen Animation hinzugefügt. Das funktioniert hier wunderbar. Man kann auch ganz schnell drücken. Unser Menü ist jetzt sichtbar. Und wir haben hier unsere Seite. Wir können hier drin noch scrollen. Und wir sehen auch unsere Fake-Seiten noch nicht. Das ist also schon mal ein guter Anfang, aber noch lange nicht alles. Außerdem wollen wir, dass das hier so ein bisschen abgerundet ist. Dafür sagen wir jetzt, in unserer Main-Klasse befindet sich ja unsere Page. Und unsere Page bekommt, wenn wir das Ganze öffnen, ein Border-Radius. Und zwar ein Rem. Und wir sagen hier Overflow und sagen komplett Hidden. Das heißt, wir wollen nicht, dass, wenn man hier drauf drückt, dass man hier drin noch scrollen kann. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Und wir können das Ganze jetzt hier wunderbar auf und zu machen. Hier kann man ganz normal scrollen. In dem Moment, wenn ich das runter mache, ist das quasi gelockt, sodass man nur noch sich um das Menü kümmern kann. Das Schöne ist, wir haben hier drin ja noch eine zweite Klasse hinzugefügt. Und zwar haben wir einen Div-Container mit der Klasse Content. Das ist jetzt ein optionaler Part. Und zwar können wir jetzt hier reingehen und sagen, okay, wir haben hier unseren Content. Und unser Content bekommt jetzt einen Filter. Und hier Blur. Und warum sage ich, warum hat er das jetzt in Auto-Completed? Das war ja mal gar nicht sinnvoll. Wir sagen jetzt hier Blur. Und in diesem Fall 20 Pixel. Dieser Befehl allerdings, das Ganze mit Blur zu verschwinden, solltet ihr mit Vorsicht genießen, weil dieser Effekt ist relativ performance-lastig und ich würde es nicht im mobilen Bereich einsetzen, weil schwache Smartphones damit enorme Probleme haben. Und allgemein muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch ob das zu eurem Style passt. Deswegen das hier optional braucht ihr natürlich nicht. Ich persönlich finde es ganz angenehm, weil es noch ein bisschen mehr den Fokus auf das Menü setzt und das hier nicht ganz so in den Vordergrund stellt. Aber das Wichtigste unseres Effekts, nämlich diese drei Seiten, die so nach unten weggehen, die haben wir noch gar nicht. Wir haben hier unsere drei Div-Boxen gestaltet mit der Klasse FakePage. Und das Ganze müssen wir jetzt noch hinzufügen. Das heißt, wir kopieren uns mal diese Klasse und gehen jetzt erst mal hier runter, wo wir unsere Page gestaltet haben und fügen jetzt hier eine neue Klasse ein, nämlich FakePage. Und die braucht einige wichtige Attribute. Und zwar einmal braucht diese ebenfalls 100 ViewHeight, 100 ViewWid. Außerdem braucht diese Klasse auch ein Border Radius, also so abgerundete Ecken und auch die Positionierung unserer Klasse, die wir hier unten vergeben haben. Die füge ich hier oben auch einfach kurz ein. Außerdem möchten wir die auch animieren natürlich. Deswegen braucht die auch Transition 250 Millisekunden All. Und wir sagen aber per Default hat diese Klasse schon ein Transform. Das heißt, standardmäßig startet diese Klasse oder die Elemente dieser Klasse schon etwa etwas versetzt. In diesem Fall 250 Pixel einfach nach oben weggezogen, sodass das von oben so runter animieren kann. Wenn wir das Ganze jetzt hier öffnen, passiert aber noch nichts. Also unsere Klassen hier sind noch nicht wirklich, also unsere Div-Container sind noch nicht zu sehen, weil wir hier noch nichts vergeben haben. Und das sollten wir jetzt auch machen natürlich. Und das Ganze werden wir jetzt auch hier oben bei Active hinzufügen. Hier sehen wir unseren Active-Bereich, unseren Page-Bereich. Und hier können wir jetzt sagen, okay, unsere Fake-Page. Und hier wenden wir jetzt einen kleinen Trick an. Und zwar sagen wir jetzt, okay, wir haben die ja dreimal, also Element 1, Element 2, Element 3. Und wir könnten jetzt hier auch so etwas machen wie Fake-Page 1, Fake-Page 2 und so weiter. Das ist aber keine so schöne Lösung, sondern wir machen das auch mit einem Pseudo-Selector. Und zwar sagen wir hier einfach und NTH minus Child und dann das erste Element. Und wie man sich es jetzt denken kann, haben wir natürlich hier später noch ein zweites und ein drittes. Hier sagen wir 2 und 3. Das Ganze funktioniert schon wunderbar. Und das Erste, was wir jetzt machen, wir wollen so einen kleinen Versatz erzeugen. Und das machen wir mit Transition Delay. Unser erstes Element bekommt hier 150 Millisekunden. Außerdem soll unser erstes Element nur noch 90% Weite bekommen und ein Z-Index von 3, weil es über den anderen beiden Elementen liegen sollte. Und hier sagen wir Margin 0, 5%, 0, 5%. Und natürlich, um das Ganze irgendwie sichtbar zu machen, brauchen wir hier eine Background-Color. In diesem Fall habe ich mir hier schon mal ein QR, also so ein RGB-Code rausgesucht und kann das Ganze jetzt mal abspeichern. In dem Moment, wenn ich das hier jetzt öffne, sehen wir, wir haben hier schon eine Seite. Allerdings ist die noch nicht so richtig positioniert. Und das müssen wir jetzt machen, indem wir hier sagen Transform und hier Translate. Und hier sagen wir 0, minus 50 Pixel. Wenn ich das Ganze jetzt öffne, haben wir hier wunderbar die Seite. Und ihr seht, dass die so ein ganz bisschen versetzt. Also die Animation startet nicht in dem Moment, wenn unsere Menü-Animation startet, sondern 150 Millisekunden versetzt. Und diesen Code können wir jetzt zweimal kopieren. Den fügen wir jetzt einfach hier unten ein. und erweitern das hier einfach. Also ganz unten haben wir 70, hier haben wir 80, hier haben wir 2, hier haben wir 1, hier haben wir 15, 15, hier haben wir 10, 10. Hier haben wir nicht 50, sondern hier verdoppeln wir das Ganze auf 100. Und hier haben wir 150. Außerdem wird der Farbcode immer dunkler. Was heißt, hier kommt ein dunkler Farbcode rein. Und hier kommt ein etwas dunkler Farbcode rein. Das Ganze können wir jetzt abspeichern. Und es würde schon gar nicht schlecht aussehen, aber wir haben hier überall denselben Transition Delay drin. Und das wollen wir auch ändern. Hier sagen wir nämlich 300 und hier 200. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, hier drauf drücken, dann seht ihr, dass diese drei Flächen schon so ein bisschen nacheinander rein animiert werden. Das Ganze sieht schon ganz nett aus. Man kann das natürlich auch mit viel mehr Elementen machen, aber das Menü ist jetzt soweit fertig. Es kann natürlich, wie gesagt, noch einen richtig coolen Effekt bekommen, wenn das hier ein cooles Icon ist. Aber ansonsten kann man das quasi überall auf jeder Seite nachrüsten mit relativ wenig Aufwand. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video zu lassen. Ansonsten könnt ihr dort auch in der Videobeschreibung jede Menge Links angucken, wo ihr diesen Channel supporten könnt oder einfach mal Hallo sagt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Viel Spaß. und Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020